Willkommen Freunde, zurück im Vulkan. Willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Ich würde sagen, wir versuchen das einfach nochmal. Okay, das ist mir vorhin gleich aufgefallen, dass da hier so einer... So, wir sind ja schon hier. Oh. Was? Tschüss. Oh ja. Woah. Oh ja. Oh ja. Oh, Alter. Csak. Pfeffer, eigentlich müsste der tot sein. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind... Ah, hier steht eine Kiste, okay. 21, ja okay. Wo ist die zweite? Das wird zwei, ja. Okay, hier sind wir wieder draußen. Ein Schatz fehlt noch. Ein kleiner Schatz. Okay. Okay. Hm. Hm. Das Stuhlhof. Ah, hier ist doch nichts, dann bin ich jetzt blind. Huh? Okay, ich weiß jetzt so nicht, wo es noch sein soll. Deswegen denke ich mal, hauen wir erstmal wieder ab. Wir kommen irgendwann später zurück. Schauen wir mal. Vielleicht gibt's hier irgendwie... Ja, irgendwie muss man aber... Wahrscheinlich kommt man auch hinter diese Tür, aber... Na gut. Wenn ich jetzt so nicht weiß wie, lassen wir es erstmal. Komm mal irgendwann später nochmal zurück. Zurück aufs Schiff und weiter geht's. Wir sind wieder da. Entschuldigung. Wenn wir jetzt... Wohin jetzt Kapitän! Weiter geht's. Oh. Und weiter geht's. Was haben wir da vorne für Schiffe? Ansonsten bist du es auch. Bruder, lang! Jetzt etwas langsamer! Wie fühlt sich dir dein Marken auch so um wie mir? Du gewöhnst dich daran. Bald haben wir Serifus erreicht. Wollt sie tauchen gehen? Soll Icarus... Hier ist ein Schatz. Ich finde aber nur einen. Das ist der zweite, okay. Kaffee... Wollt dann... ok der ist da drinnen kann ich dann da jetzt rein ich sollte mal hier auftauchen unterliegt noch der das auch noch schnell mitgenommen desto bestimmt ein pirat ok die haben es ja nicht anders gewollt ok ja 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 holz das nehmen wir natürlich mit ja 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 zack mann ey oh zack und vorwärts auf zur insel mal gucken wo man da anlegen kann hier können wir anlegen wie schön angekommen schön dich lebend und gesund zu sehen wie auch dich wie du siehst komme ich nicht allein ah ja die gütige Heldin die du in deinem Brief erwähnt hast das für mich selbst ich bin froh dass ich ihn retten konnte und für diese Heldentat habe ich einige Informationen zu einem gewissen Brison der Phidias vorzeitiges Ableben plante hoffentlich kannst du damit etwas anfangen kann ich bitte richte Pericles meinen Dank und meine Größe aus und sei vorsichtig ich glaube es schweben noch mehr Athena in Gefahr oh sehr schön Schriftrolle zum Hinweis der Kulturisten das ist ja toll jawoll ja was haben wir denn so schönes bekommen ich muss bald echt ich muss bald echt gucken der Jägerschaden der hat dasselbe ist aber stärker ist ja genial her damit so schade können wir noch nicht benutzen äh nein auch nicht können wir leider alles noch nicht benutzen Schiff was haben wir hier wir haben hier was neues oh die Oktopus-Skalionsfigur aber wir bleiben erstmal beim Löwen keine Galiten ne wir bleiben beim Löwen erst mal beim Löwen Söldner jup besiegt haben wir den hier haha Jämonas der heiligen Wacht ja der ist futsch Kultisten Kultisten enthüllen jawoll äh jawoll 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 ja mit den Hinweisen die du gefunden hast kannst du die Identität eines Kultisten eines Kultisten äh auf seiner Detailliste enthüllen sobald sie enthüllt sind kannst du Kultisten auf der Karte verfolgen jedes mal wenn du einen Kultisten eliminierst hältst du Hinweise um einen noch mächtigeren Kultisten zu enthüllen den können wir enthüllen drei Kultisten haben wir schon Latte und bei dem derer die ich töten werde dass ich den Kosmos nicht nochmal enttäusche Rison so wenn wir das verfolgen was heißt das sehen wir das ok ist weit weg aber äh ok warte mal wir werden hier erstmal einen Aussichtspunkt holen damit wir hier immer hinreisen können irgendwie habe ich gerade gleich Lust ein paar Kultisten zu jagen weil hier gibt es natürlich auch wieder noch noch best was mir aussichtspunkt da oben aber ich glaube ich glaube für den restlichen Part heute werden wir werden wir den Kultisten jagen es könnte interessant werden vielleicht Mützen dazu sind dass wir die vom Level her damit das wenig noch ein bisschen dann erstmal hoch hier so wenn wir auch immer zu der Insel hier zurückkommen wenn wir das wollen warte wo ist denn mein Kultist da ist einer oder 19 da ist einer da sind wir noch war noch gar nicht aber hier da und da können wir auch noch schnell Reise hin jawohl so ein ein Neuklaster wartet ich besuche eine Nachrichtentafel naja die Leiter erklingen erklimmen wenn du regelmäßig seltener tötest steigt dein Ansehen hilft noch Brandschaden ölig schnell in Flambe ja da ist was dran das Öl niemals brennendes Öl mit Wasser löschen wollen ne das geht nicht es gibt eine riesen Stichflamme und dann ist alles weg wollte es ja nur mal gesagt haben da hinten so juppa ja ich weiß dass wir Quests haben aber erstmal lasst uns ein paar Kultisten jagen mal schauen wo die sich so in dem Vorder drin oder was wird das na egal wir gehen einfach rein ne wir gehen vielleicht besser und rüber nach der Hafen mal wieder und doch es was ja 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 zack zack und da kommt ein Söldner schieft zack ja Natürlich! Hallo? Das, ey komm, das war jetzt mal total übertrieben. Als ob! Das muss ich mir mal angucken, wie viel Leben wir da noch hatten. Schauen wir, wo wir jetzt sind. Also... Natürlich. Mein Kopf ist jetzt ein hübsches Hümmchen wert. Was ist noch hier? Okay, ich wollte gerade sagen, hä? Ich möchte noch mal den Hafen durch. Obwohl ich es sich mal schaffe, ohne gesehen zu werden. Warum? Äh, warum? Hm. Hm, nein. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Natürlich. Deine Chance! Geist! Zündigt das Leidfeuer an! Gebt Alarm! Wie kann der so passen? Nein! Oh no. Beide. Ich gebe das jetzt nicht. Ich sage nicht diese Schausse. Die Schausse spielen! ums tschüss 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 mit ich das Oof. Fuck. 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 Oh. Oh, jetzt reicht's hier aber gleich mal. Oh, jetzt geht's hier. So, okay. Wo ist denn die jetzt? Boom. Damit wäre das hier erledigt. So. Ich wollte nicht mal sagen, das war's dann für heute. Wir werden beim nächsten Mal dann hier weitermachen. Oh, oh. Zwei von fünf finden wir dann gefunden. Wir finden doch raus, wer du bist. So, Söldner? Wer war's denn? Oh, hier, Rang 9. Und da haben wir neu, okay. Und das Inventor. Na, Bogen. Level 20er, schade, kann man nicht benutzen. Zwei haben wir. Okay, Freunde, das war's für heute. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Ich sage erstmal vielen Dank, bis dann und ciao.